Hohes Niveau erwarten wir uns heute natürlich auch von den Blau-Weißen. Es geht weiter mit den sogenannten Play-Off-Spielen, mit den Schlüsselspielen für die Netze-Rekord-Fans der VSV. Heute kommt, so sagen zumindest die Experten, die Mannschaft der Stunde, die Eisbären aus Zagreb. Genau, eine sehr talentierte Mannschaft, eine sehr erfahrene Mannschaft. Aber ja, jetzt ist es wichtig, dass wir die Punkte machen, egal gegen wen, egal wo. Zagreb spielt sehr offensiv, wie wird der VSV dagegen wirken? Ja, defensiv gut spielen und schauen, dass wir vorne unsere Chance nützen.